So Wieder umgucken Aber hier leuchtet gerade auch nichts Gehe ich mal davon aus, dass hier nichts liegt No firearms, no weapons allowed on this property Ja, das haben die Replica-Soldiers wohl nicht so ernst genommen Brauchen wir hier irgendwas? Long Storm and Digist Haben die Entwickler sich selber auf die Fotos drauf gehauen? Auf die Zeitschrift, nicht auf die Fotos? Sind das Fotos von den Entwicklern? Oho, hallo Noch ein Medikid Okay Oho Was hab ich denn hier Oh, ich hab alle drei Waffen Geil Schönes Ding Uuuuh, schönes Ding Ich versteck mein Ehring Ah Okay Ist das die Anrufantworter? Okay If you see the blinky message light on the top of an accurate phone to listen to voice mails Das ist die Anrufantworter Ja, ich glaub schon Hm, ich bin hier so fabulous Hm, ja Fester Die sehen irgendwie sehr zufrieden aus, obwohl sie tot sind Okay, aber hier ist kein Perzpack oder ähnliches Wollte grad sagen, es bewegt auch bestimmt Ah, okay Kapiert Ich sollte hier nicht so offen stehen Ich hab beide gekillt Ernsthaft? Wie hat das denn geschafft? Boah, ich bin echt angespannt grad Das ist Auch wenn das Spiel nicht so unglaublich groß ist Bin ich doch hier grad auf Wirklich 180 Vom Herzschlag Achso Weil ich volle Rüstung hab, kann ich das nicht mehr aufsammeln Kapiert Weil ich volle Pistolen hab, kann ich das auch nicht aufsammeln Check sie ab auf Flo Oh shit So Nehmen wir uns das solchig mit Tür ist noch zu Wunderbar Kommen wir auch noch da unten Ist hier irgendwas am Healpack oder so Wo ich sie kannst Heißt das wäre nur für Muni Und Muni haben wir grad glaube ich genug Und ja, wir kommen anscheinend nach unten Gehen wir uns die Muni hier auch alles mit Kriegen so langsam größere Wum Ist das der Wasser? Das glänzt auf jeden Fall komisch So, okay Your Heightened Reflex Will give you an edge Against enemies Press slow-mo Alt Das ist der lebt auch noch? Nicht mehr Oh der steht auf Das ist auch nicht Pistolen gefallen mir echt gut Normalerweise mag ich es gar nicht mit Pistolen zu spielen Aber hier machen die echt ordentlichen schaden los und echt präzise So Genauso nur die kleinen Wum Warte nicht so speciale Einheiten hier Mochte man euch nicht so sehr hat man euch lieber nie totgeschickt als ordentliche Knarre zu geben Situation Staus ist unknown Both teams have gun silent And fear teams life science monitors are offline Interference Is preventing satellite reconnaissance Mission surviving operative should attempt to run a woo And exfiltrate mission area until reinforcements arrive Checkpoint Weiß nicht ob Boah Verletzt mich auch immer Ich will eigentlich erst draußen rumlaufen Weil Wegen solchen Sachen Oh nice Kann ich jetzt noch mal da draußen? Funktioniert es noch? Weil da ging es ja auch noch lang Ja schein so Komme ich hier hoch Da ist ja eine Tür Da hinten ging es halt auch noch ein Stück rein Ja anscheinend komme ich da auf jeden Fall nicht hoch Dann gucken wir uns mal um und ich rühre mein Kakao um Ein bisschen klippschi Wasser Okay Heißt hier ist eh nichts mehr Heater and Refrigerator Also Fridges Manufacturing Refrigerator Refrigeratores Sind Kühlschränke Sind Kühlschränke Werden auch oft ganz kurz Aber nur Fridge genannt Der Freezer ist der Gefrierschrank Ich glaube das war richtig Sollte eigentlich richtig gewesen sein Gehe ich davon aus Das ist natürlich zu Hier liegt Nichts drin Hier liegt aber soweit auch nichts drin Hier war auch nichts Bezumal der war was Das haben wir ja schon Hier liegt auch nichts Autorized personal only Please help us keep this room clean Hallo Heimer Muss ich vorher weglaufen? Weil es explodiert ja alles Okay Aua I'm a dukeile zone Situation Hannibal 3 Specialer is back online One fear combat operative Has been found alive Remain operative is still missing But life signs are stable Paxon fatal striking signal Has been detected in the area SFOD-D reinforcements are An route to assist in priming a mission Mission remaining fear combat operative Will attempt to locate and neutralize Fettel Fear technical officer And SFOD-D escort Will continue to search for missing fear operative He's alive Should I call in a medivac? He doesn't appear to be injured Although I don't know how he survived Worry about that later I'm reading Fatal transmitter near that position We've got to take that fucker out Fast Just keep looking for Jan Kowski I'm still reading his life signs You can't send him in alone That's crazy He can take care of himself Now move I can take care of himself Okay, da sind wir also gerade rausgeflogen Alter Falter Dann Ich hab genau gesehen, dass sich da was bewegt hat Und da sind die nächsten Toten Wieder ein Toter Looks like I'm not going to be able to send you any reinforcements for a while My Helos just got diverted to Arbicam headquarters Nothing big is going on No shit, my people are right in the middle of it I hear you I wish I was calling the shots Is it the same bad guys? Looks that way In a little shorter detail I guess this ain't a culvert up anymore Okay So angespannt, dass gerade immer nur die Hälfte davon mitbekommen, was die sagen Boah Ihr Säcke Bisschen angespannt Zwei Hubschrauber Unklar Kessel Ne, keine Ahnung, was das ist Wenn ich das jetzt denke, das muss das sein, weil ich das gesagt habe Ich hab davon nämlich gar keine Ahnung Boah, hier gibt's gerade so viele Wege Oh, da ist eine Message Okay Okay Ja, ich hab gesehen, dass da ein Schalter war Ach komm, wir aktivieren auf den Schalter Leckt mich Pew, 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 pew Die Brücke bewegt sich Sehr cool Da unten noch was Da leuchtet was Ja Ein Reflexboost Ach, leckt mich Schön Also die Dinger scheinen ja echt Zahlreich zu sein Worüber ich recht froh bin Sollte uns ja nützlich sein als alles andere South River Tritment plant Trit, 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 tral Tralalala Oh, ist ja Steuerung drücken, okay Okay Caution Oh, fuck you Flockernes Licht Ist echt schwer Zu bewegen Und dann so zu machen In eine andere Richtung geht das Aber in der nicht so Und dann so zu machen Ich bin ja